Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese Unruhestifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja. Selbstverständlicher, Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Das ist nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. So leiden die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Mann ist das. Geht's, Barrett? Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eine sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Äh, ja. Gute Frage. Ist doch völlig egal. Alles läuft nach Plan. Unser Aufzug. Ab hier wird's leider etwas lästig. Hm. Ist es längst. Tschüss. Besättest. Schladen Choice. Selbstignal. Tschüss. Pf- 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 Untertitelung des ZDF, 2020